einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft mage ich bin der onkel poppy und wir machen heute das ritual komplett fertig das heißt ich hatte natürlich noch was vergessen letzte folge und zwar muss ich die runen der opferung noch mit einbringen damit auch das blut was dann gekillt wird von den monstern entsprechend in den altar aufliest das brauchen wir natürlich dafür brauchen wir runen also ich habe bisher die runen der self-sacrifice und wir brauchen natürlich noch die runen der sacrifice im endeffekt dafür brauchen wir gold wir brauchen reinforced slates reinforced slates habe ich hier gold habe ich noch nicht das müssen wir uns natürlich noch holen das heißt das gold nehmen der gerät rune of sacrifice wir brauchen natürlich noch runen da habe ich 48 ein bisschen viel also wir machen 24 da können auch 20 draus machen warte mal 20 oder klima auf 24 folgen locker locker dann haben wir nämlich ich weiß nicht ob das was bringt je mehr wir machen wahrscheinlich gehe ich doch mal von aus geht dann mehr blut rein oder so denke ich mal also je mehr runen der selbst der der opferung wir haben desto mehr oder desto stärker fühlt sich der blut alter gehe ich jetzt echt mal von aus das ist jetzt mal so ein zusammen rhyme muss ich mal so sagen so pass auf wir brauchen 24 von den runen ich hoffe jetzt was passiert wenn ich jetzt hacke fällt der rein ne alles klar okay ich wusste nämlich jetzt nicht ob ich hier unten drunter luft habe oder nicht weil das wäre nämlich jetzt schon doof wenn ich jetzt hier frei hacke und dann fallen die einfach runter das wäre voll doof so 23 jetzt habe ich aber keinen mehr über das heißt ich muss dann wirklich in die nächste reihe schon gehen voll gut 24 dann würde ich nämlich glaube ich auch noch ein paar speed runen machen dass wir von der geschwindigkeit her einen richtigen lauf kriegen das wäre natürlich richtig geil so 24 und rin in der büchse bin ich ja mal gespannt es hat mich nicht wirklich viele gekostet das ist ja geil das ist ja mal so richtig cool okay pass auf dann können wir nämlich jetzt diese teile hier so ein bisschen neu anordnen so was macht dann machen wir die kapazität die die müssen wir jetzt einfach mal das ist jetzt noch mal so mein plan den ich habe das ist dann optisch auch ein bisschen schick aussieht weißt du dass wir da nicht so einfach nur plump immer den gleichen dreck haben sondern halt ein bisschen gemischtes gedöns wobei wenn dann nachher sand drauf kommt sieht das eh kein schwein mehr aber egal ein bildung ist auch eine bildung und dementsprechend habe ich die hoffnung dass es dann auch optisch ein bisschen mitmacht doppelt gesetzt schneller klick aber vor der schnelle klicke alter hat da so da haben wir den als letztes gut ja schade also ich hätte ja gedacht dass sich der stein automatisch dreht in die richtung wo der altar sitzt die hoffnung habe ich ja zumindest gehabt dass es dann optisch auch ein bisschen spaß macht aber irgendwie sieht er das wohl nicht ganz ein also muss ich jetzt habe ich ruhender kapazitäten über null habe ich jetzt alle schon verbaut tatsache ja gut die eine war das nur gewesen lol okay alles klar das heißt es sind jetzt es müsste jetzt die kapazität auch wieder da sein alter man sieht es nicht ach lol stimmt ja der letzte ring der kann ja noch gar nicht funktionieren aber was mache ich denn dann da nehme ich den hier einfach raus na klar das ist doch logisch das heißt ich habe jetzt hier alles mögliche verbaut was zu verbauen geht weil der kann noch gar nicht funktionieren weil da was fehlt klasse super idee so das heißt jetzt müssten wir aber auch wieder die vollen 90.000 90.000 okay alles klar das heißt jetzt haben wir eigentlich wieder alles das verbaut was zu verbauen geht sollte jetzt hier ein möpschen spawnen dann müsste das so sein dass dass das blut jetzt hier automatisch in den altar geht egal ob das hier oben lang läuft oder unten drunter spawnen oder wie auch immer ist natürlich schon cool gut dann haben wir da schon mal den einen pfeil dass wir die möglichkeit jetzt geschaffen haben automatisch blut zu bekommen des weiteren würde ich gerne noch ein siegel bauen siegel und zwar das r siegel würde ich gerne noch bauen da hätte ich jetzt ich brauche noch mal eine gasträne und federn federn weiß ich habe ich federn ich weiß auf jeden fall dass spark federn hat bei sich der hat da so eine handvoll gemacht tatsächlich warte mal habe ich hier irgendwo federn aber ich habe hier noch mal so das letzte was ich als gasträne verwenden kann aber ich habe keine federn doch da zwei federn dann brauchen wir nicht zu spark zu gehen so das heißt wir gehen jetzt hierin craften uns das nicht wir brauchen das nur hier drin so und wir brauchen aber noch einen von den komischen muskoten hier ähm ne nicht die asche sondern gleich erstmal den voll nehmen so dann machst du mir jetzt erstmal ein air regent so ich nenne es jetzt regent weil ich weiß nicht wie man es ausspricht das ist der hintergrund so und dann brauchen wir eine reinforced slate den reinforced slate habe ich hier noch und mit diesen dingen da können wir ach halt da brauchen wir wieder ein ritual ne wow so da können wir dann gleich vernünftig das tun was ich schon lange vor hatte ohne witz schon sehr lange hatte ich das vor aber irgendwie war das immer so gewesen dass es nicht hin haute aus dem einfachen grund ich kam nicht hinterher gut ne voll egal pass auf das können wir jetzt ausprobieren das problem ist halt nur ich muss aufpassen dass ich es nicht übertreibe weil sobald ich es übertreibe ähm sterbe ich und ich brauche natürlich immer hier mein 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 blutorb ich kann mich nicht drauf machen den blutorb weil ich brauche verbrauche nämlich blut wenn ich fliege deswegen wollte ich auch hier äh das feather falling haben denn wenn ich jetzt fliege ui und ich lande zu hart dann habe ich das problem auch so viel verbraucht er gar nicht dann habe ich das problem nämlich dass ich sterbe aber das ist voll gut das heißt ich kann jetzt mit diesem air sigel ähm sigel sigel schön fliegen allerdings immer nur so ein Stück weißt du schön gelandet das war ja wohl zart gelandet alter nicht ein Stückchen verbraten sehr cool ähm das einzige was ich wirklich ja haushalten muss ist eben mit dem mit dem blut im blutorb oder im blutnetzwerk das heißt da muss ich jetzt zusehen dass ich da natürlich dann ähm na siehst du da war die landung schon härter dass ich da natürlich dann ähm immer wieder nachlegen wollen wir hoch zum matz gucken komm mal her oh dran vorbei pam so oben auf dem turm bei matz so auf dem turm von matz so haben wir es auch nicht schlecht das heißt wir können jetzt schön in die stadt runter gucken halt da sieht da wohl irgendwo schon cool aus wenn es nicht ganz so finster wäre hätte das was aber freunde so haben wir auch eine möglichkeit geschaffen uns schnell fort zu bewegen ähm ja das geht eigentlich ne also ganz so viel ähm an Energie hat sie jetzt doch nicht gefressen aber sehr geil sehr geil Alter wie groß einfach dieser Blutaltar ist ne der ist größer als mein Haus na gut der wird nachher zugeschüttet dann siehst du nur noch hier von den roten Typen her also diese Strecke siehst du dann vielleicht nur noch aber trotzdem schon krass ist echt schon krass wie groß dieses Ding wird oder ist vor allem es ist ja so dass er noch nicht fertig ist ne da hast du gesehen ich habe kein Blut eingeführt aber hier sind Mops gespawnt sehr schön also es kommt ja hier noch was drauf wir sind ja noch nicht fertig ne da ist ja erst Ende bei dem also wie gesagt ich hoffe dass wir von den ähm ähm noch ein Tauschgeschäft irgendwie bekommen das wäre natürlich ganz cool dann können wir das nämlich auch fertig bauen das hätte was aber auf jeden Fall das R-Siegel ist schon geil ne muss ich sagen nettes Spielzeug das auf jeden Fall nettes Spielzeug gut dann würde ich hier heute schon eine Folgenpause machen und sagen vielen Dank fürs Zuschauen ich weiß nicht ob ich jetzt noch eine vor produziere oder nicht muss ich lügen ähm ich weiß ich sag das eigentlich jede Folge aber alles das was ich mehr schaffe ist gut für euch quasi und gut für mich bei Minecraft hält nun mal das bestlaufendste Projekt hier auf meinem Kanal ist warum auch immer ähm danke fürs Zuschauen ähm schaut auch bei den anderen Projekten mit vorbei die ich hier mache das heißt ich blende euch jetzt hier im Abspann natürlich noch ein zwei Sachen ein könnt da draufklicken lasst ein Abo da damit ihr auch die nächste Folge Minecraft nicht verpasst ähm Glocke nicht vergessen zu aktivieren lasst eine Bewertung da und schaut euch bei den anderen äh mit vorbei die sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt danke fürs zuschauen und noch schön Tag bis dann Tschüssi 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 Tschüssi